Sascha! Was ist denn los mit dir? Warum bist du so nervös? Willst du darüber reden? Man, ciao, ich kann's nicht mal richtig ausbrechen. Tschüssi, ciao! Das ist Salme. Das ist ein Mal für die Vierde. Das war der gute Arbeit! Das ist mir wirklich gut. Das ist mein Gott! Das ist mein Gott! Das ist mein Gott. Beide ich mich an mit dem Mann. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Sascha! Ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht Sie von Ihrem Sohn sind. Aber glauben Sie mir, er ist äußerst begabt. Er braucht jetzt nur Zeit, um sicher zu werden, ob er es wirklich will. Er betreut. Sonnenschein! 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 Ich bin schwul. War gar nicht so schwer.